Hallo und willkommen bei den How2Buddies. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr auf eurem Netflix-Account Profilnamen ändern könnt. Das können wir ganz leicht über die App machen. Da tippen wir dann einmal drauf. Da seid ihr ja wahrscheinlich schon mit eurem Account eingeloggt. Tippt ihr auf euer Profil. Und dann im Anschluss hier unten rechts auf Mein Netflix. Und dann hier auf den kleinen Pfeil unter dem Profil-Icon. Hier haben wir dann Profile wechseln bzw. Profile verwalten. Und wenn ich da jetzt drauf tippe, kann ich hier über den kleinen Stift den Profilnamen ändern. Mit Fertig bestätigen. Und das gleiche kann ich auch für mein Kind machen oder für wen auch immer da mit in eurem Account ist. Ich hoffe, dieses Video zum Ändern eures Profilnamens bei Netflix auf eurem Handy hat euch gefallen und geholfen. Dann hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Vielen Dank.